Und sie werden jetzt auf die Strecke losgelassen. Alles gut gegangen, hier in der ersten Kurve. Zwischen 16 und 21 Jahren. Ich muss schon sagen, für dieses junge Alter sind die Jungs hier richtig mutig unterwegs. Und eine ganz, ganz starke Leistung, die sie hier zahlen, sind jetzt in der ersten Runde. Und der Führende mit der Startnummer 17 wird jetzt die letzte Runde beginnen. Auf Platz 2, die Nummer 16, das Auto, Crossteam und Piz. Und etwas hinten dran, die Startnummer 67, das Führende. Das ist auch der Stand in der Addition der Punkte. Das heißt, so wie sie jetzt einfahren, wird auch die Tageswerte ausgehen. Dann kommt die Faust von Johannes, der sich freut. Johannes Schippmann Junior freut sich über den Tagessieg. Und über den Laufsieg hier im dritten Lauf.